So, es geht wieder los, langes Wochenende, die Woche ist rum, es gab jede Menge zu lesen bei Facebook und jeder kann ja selber entscheiden, wo er jetzt hinfährt zum Angeln und wo er nicht mehr hinfährt zum Angeln. Viele, viele Lügenbarone unterwegs, aber es ist wie es ist, das lässt sich leider nicht ändern. Also, es geht los im Norden, wir haben wieder Programm, wir haben Exotentage nächste Woche, wir haben jetzt am Wochenende auch richtig geile Tigerforellen, wir haben Saiblinge, wir haben Seeforellen, wir haben Regenbogenforellen, wir haben Lachsforellen und es geht richtig, richtig steil. Geiles Programm, geiles Essen auch, wir haben überall ein bisschen was zu essen, also sichert euch einen Platz, es wird bestimmt sehr, sehr gut besucht sein, Nachtangler kommen ab 17 Uhr auf unsere Anlage. Ja, wir freuen uns, ihr freut euch, langes Wochenende und dann gehen wir nächste Woche in eine kurze Woche mit richtig geilen Tagen, Exotentagen, jede Menge Fisch, jede Menge Highlights. Also, wir freuen uns, Martin ist am Rosenmeier, ich bin hier in Schmalfeld, der Rest ist da oben, Klaus ist in Norby, Holm ist in Althuvenstedt, also, ja, herrlich, es geht rund. Wir sehen uns.